Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10872 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Marketing-Team entwickelte eine erfolgreiche Werbestrategie, die die Verkaufszahlen steigerte. Trotz des lauten Trubels im Zug schafft sie es, ein Nickerchen zu machen. Die Hexe sammelt Kräuter und Zutaten für ihre Zaubertränke. Die Hexe sammelt Kräuter und Zutaten für ihre Zaubertränke. In diesem Bereich ist der Ausbau des Mobilfunks derzeit abgeschlossen. In diesem Bereich ist der Ausbau des Mobilfunks derzeit abgeschlossen. Erfolg in zwischenmenschlichen Beziehungen erfordert Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit. Erfolg in zwischenmenschlichen Beziehungen erfordert Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit. Die Branche, in der ein Koch arbeitet, hat Einfluss auf sein Gehalt. Das hast du richtig gemacht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.